welch wart ihr gerade alter mein puls ich lasse den liegen gut dass ich meinen Puls jetzt noch nicht auf habe ja hier sind nämlich auch schon jede Menge Leichen oh shit und ich habe keine Verbände nur noch einen ich habe noch 5 ich habe auch noch 5 oh warte mal ich guck mal ob er was hat die Frage ist ob der jetzt noch mit wem unterwegs ist und hat der denn die Mission schon fertig ne hat der mich erschrocken ey Junge Junge so Wotan gleich Odin ja ne Wotan ist aus der Nibelungen Saga ich glaube dem Gemanischen hieß er einfach nur Wodin oder auch Wodan und das mit dem harten T das ist meine ich nur aus der Nibelungen Saga oh sehr schön das war easy da sind zwei drei drei einer noch draußen bei mir hinter der Kiste okay wo ist Aluna gestorben bei mir draußen bei der Kiste sind sie immer noch ja hinter der Kiste das ist der letzte zwei habe ich tot ich glaube links lang du bist auch dran siehst du ihn? ne so kurz die Musik aus sonst höre ich hier gar nichts du musst ihn verbinden du musst ihn verbinden ja jetzt hat Hank Stream ausgemacht weil er dachte ich hab gestreamt oder so keine Ahnung ich hab mich voll erschrocken ey ich hab ihn nicht geworfen ich hab ihn nicht geworfen ich seh keinen wo ich dachte das der wäre der muss doch da noch irgendwo sein schack drinnen neben ins Haus 150 Meter bin ich da ist der hingerannt ja zwei von den hatte ich dauernd genau und dann der letzte Saiyajin der hat dann Aluna gekillt ähm ich bin zuletzt hinter der Kiste gesehen aber hat er sich ausgelockt? ich hab ihn nicht weglaufen sehen meistens sagen eher Wotan als Wotan heutzutage ja weil Wotan nicht so ähm erkannt ist den einen den du getötet hast hab ich sogar gerade erst noch einer AKSU geschenkt hehehe ja äh gut wenn die den du klauen wollen ne ja Henke hat sich ausgelacht den... 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 den Gier nehme ich auf jeden Fall mit ja mach das ok der letzte von denen wow die sind am Eingang oder? muss ich ganz dringend teilen der läuft auf jeden Fall einer am Eingang nach rechts läuft der grad weiß nicht ob es ein Bot ist ja schon wieder da ich bin dringend teilen ich bin dringend teilen ich bin dringend deswegen ist ich weiß nicht ob der schon reingegangen ist kann sein dass sie grad versuchen ihren Loot zu holen die noch bei der Kiste liegen müsste und dann habe ich nichts gesehen auf der Straße weißt du wie gesagt ich weiß nicht ob der nicht eventuell schon reingelaufen ist und jetzt 10 Euro dauernd Paul reagiert nicht Odin vielen Dank für 10 Euro what the fuck wir sind jetzt in Valhalla mein Krieger vielen Dank dafür ich habe es gar nicht mitbekommen my bad bei mir ist einer bei dir ist einer? ja bei mir sind mehrere aber ich komme habe mich die haben mich umgelaufen fuck der lootet mich nein hab bei ich kann so schön nicht kommen da versuche meine Sachen zu holen hier ist einer hier vorne was ist denn vorne? am Eingang ich will mir im Gears zu helfen hinter die Dinger da ja das war ein schlechter Call ich bin tot ja das war der der mich auch gekillt hat glaube ich ja mit der Shotgun oh god run 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 r run 出 Bis zum nächsten Mal.